Yo, was geht YouTube? Euer Elias KVs wieder back und heute noch ein neues Video, wie ihr es wahrscheinlich schon gelesen habt, ihr Schingel. Heute ein Blog in Berlin. Perfekt, man kann alles sehen. Da hinten ist auch der Radioturm, äh, scheiße Radioturm oder? Der Fernsehturm. Wir sind gerade im Hotel, das werde ich euch auch noch mal ein bisschen genauer zeigen, aber das Beste natürlich ist immer das hier im Hotel, dass man sich einfach draufschmeißen kann. Ja, es wird sehr viele spannende Sachen kommen. Ich gehe ins KDW, dann gehen wir gleich noch in den Zoo. Da sind diese Pandawände so ausgeschlüpft, ich habe keine Ahnung. Und, perfekt. Und, ich werde auch noch eine Sache machen. Und zwar gehen wir noch ein paar Mal essen und so. Frühstück möchte ich auch noch filmen. Und das war eigentlich alles. Jo, Jungs, guck mal, was ich gerade gefunden habe. Wirkt ihr die? Aber so ein Harry Potter-Stück, Digga. Lass uns einfach mal ausprobieren. Nein, ich hole mir jetzt einmal hier sowas von Weezys. Das werde ich vielleicht essen. Das werdet ihr gleich sehen. Jungs, was ist das denn? Ja, wir sind jetzt hier erst im KDW. Wir haben es schön bestellt. Ich habe ja Ruhe-Ei mit Schinken und Backstoffen bestellt. Das wird lecker. Davor esse ich aber erstmal den hier. So, probieren wir das hier einmal. Anders geil, noch anders ungesund. Danach gehen wir zu Bershka mal hier. Hm, das ist lecker. Was ist mir? Willst du noch einen? Vielleicht kommt noch etwas essen. So, jetzt esse ich das hier einmal. Probieren wir mal Live-Test. Ja, ich kann nicht mehr Halt machen. So, jetzt esse ich erstmal in Ruhe. Wir sehen uns. Kennt ihr die aus Harry Potter-Filmen? Übelst lecker, Digga. Oder das hier, kennt ihr die? Ach, kann man auf jeden Fall suchen. Aber Digga, die sind aus Harry Potter-Filmen, die sind anders lecker. Und ich habe jetzt noch eine Frage an euch. Kennt ihr das? Das ist dann sowas, du musst da Wasser drauf schütten oder sowas. Und dann kannst du das selber zusammen mischen. Dann machst du so irgendwie aus dem Gemisch. Daraus machst du dann die Süßigkeiten oder so. Habe ich irgendwann mal gesehen. Soll eigentlich heftig sein. Ich habe Lust, dass ich so ein Essensvideo dazu mache. Soll ich mal vorlesen? Nix gern, man. Nix gern, man. So, jetzt läuft KDW draußen, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's. Perfekt, das finde ich auch. Fußballstadion. Jo, was geht, YouTube, wir sind gerade in der Europapassage, das ist gerade zu wild, habt ihr gerade schon gesehen. Das ist noch ein komisches Teil, da irgendwo, oh ja, ja, so ich einfach noch mehr teilen. Los geht's. So Leute, wir sind ja gerade in der Wallach Berlin, ist auch wieder zu wild hier, gleich jetzt shoppen, ein paar Sachen holen, ein bisschen essen und so, entspannt, wild einfach. Ah, ist doch an, Digga, jetzt hier nochmal ein bisschen höher. Neul, Digga, zu Bild hier. Jetzt ess ich erstmal ein Stück Blatt. Es ist Blatt. Jetzt kommst du mit. So, Jungs. So, Jungs. Die wird jetzt geprankt. Ich tue jetzt, wenn ich die drunter schubsen. Ja, fast runtergefallen. So, wir sind jetzt raus vom Hotel, ausgebucht. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, Digga, da steht der Name vom Hotel, ich zeig's einmal kurz. Hier ist der Name vom Hotel, einmal zurück hier. Perfekt, das sind wir auch richtig hier rum, aber Chalas juckt. Jetzt geht's los, ich glaube, wir gehen zum Zoo, aber ja, es regnet absolut gerade in Berlin, das ist natürlich nicht so optimal, aber wir gehen jetzt mit den Pandaren, wie sie gerade im Zoo erreichen kommen, da ist der Eingang. Jetzt ist los, der Regen ist optimal, nicht optimal, ey, da sind sogar Tiere. Ich kann auch, wie die heißen, irgendwelche Tiere, aber ja, zeig ich jetzt gleich, wie die Pandaren aussehen. Die Pandaren waren ehrlich, schon süß, kann man nicht dringend sagen. Wir sind im einen Stall, Stall, äh, in einem Käfig war der Vater, das andere war die Kinder mit der Mutter. Und jetzt sind wir hinten, ne, bei den Elefanten. Seid ihr bereit? Ich zeig's dir jetzt. Oh, guck mal, was die machen. Guck mal, die Schlawine da hinten an. Ich dachte, da hat ein Feld da runter, aber... Das ist denn hier S? Oh. Ja, ja. Oh, jetzt, 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 er kackt mich jetzt. Er hat so einen Sprühschiss. Scheiße, ich habe ein bisschen Angst. Ah, er geht weg. Da ist wirklich einfach gerade Pen getroffen. Ich wusste gar nicht, dass er auch hier ist. Das ist vermehrt auch nahe. Ja, spinnt doch, Jungs. Was macht ihr denn da? Guck mal. Oha! Oha! Ich mach Speedmodus an. Sehr ja. Neues Fortune Update. Guck mal den an. Ratatata. I'm in the ghetto. So. Äh, sieht man das? Es schneit da einfach. Ja, und die hinten sind noch am chillen. Jetzt gehen wir weiter zu den Seerauben. Dann haben wir hier die Tür. So, Jungs. Oha! Und den Ochsen da an. Oha! Er macht Speedman. Schlazisi unter Wasser. Ich habe da auch die Tür. Oha. Oha! Oha! Ich habe da. Ich habe da. Ich habe da. Wenn sie so gemacht. Das ist das guck. das ist schon am schönsten oder am längsten noch mal hier rein was da da für ein tier ist die lecken sich da so jungs was geht nicht warum die qualität so schlecht ist mich immer noch ein nintendo ds auf aber egal ich habe jetzt hier eine schöne heiße schokolade die wird jetzt live getestet erst auf die lichtverhältnisse ist gut nintendo hat nicht gute qualität ein bisschen zu kalt muss sagen bisschen wärmer hätte sein können beschweren kann man sich normalerweise weniger ja dann essen wir noch kurz eine erdnuss drei sogar notrowski und i would say that actually the videos ends ich würde sagen das video endet jetzt schon das war mein nächster vlog das berlin war jetzt fertig excuse me und ok 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 ok